So, Herr, wie war Ihr Name nochmal? Äh, Sebastian, Sebastian Lobinger. Und wo kommen Sie her? Also, ursprünglich komme ich aus St. Pölten, das ist in Ostösterreich und da habe ich, ja, da war ich, da bin ich eigentlich aufgewachsen. Aber nach einiger Zeit, dann vor ein paar Jahren, da habe ich mir dann gedacht, ich möchte dann irgendwie schon mehr in die Berge und bin dann deswegen dann weiter in den Westen, in die Alpen gezogen. Eben hierhin nach Innsbruck. Ah, na gut, dann erzählen Sie mal, was machen Sie überhaupt so? Legen Sie los. Ja, also, ich mache auf YouTube und auf meiner eigenen kleinen Plattform alpenacademy.at, da mache ich so Beiträge zum Thema Bergsport und da versuche ich dann eben so den Leuten so ein bisschen das Thema Bergsport näher zu bringen und versuche sie ein bisschen besser auf die Berge vorzubereiten und sowas eben. Also, Sie machen irgendwie alles, oder wie? Ja, also, ich versuche halt eben so ein möglichst breites Themenspektrum abzudecken, damit eben für jeden irgendwo auch was dabei ist. Also, deswegen mache ich dann eben auch einen Podcast und so. Also, ich versuche eben wirklich jedem irgendwie so den einen oder anderen Tipp geben zu können, wenn man so sagen darf. Interessant. Und von welcher Firma haben Sie da für den Auftrag gehalten? Nein, also, ich habe von gar keiner Firma einen Auftrag. Also, ich mache das komplett für mich alleine und ohne, dass irgendeine Firma sagt, wir bezahlen dich dafür, dass du irgendwie so inkognito jetzt Werbung für irgendwas machst. Überhaupt nicht, sondern ich mache das komplett unabhängig von Marken und ich mache das nur alleine und ich versuche eben deshalb so unabhängig wie möglich zu sein, damit die Leute eben ein neutrales Bild von Marken zum Beispiel erhalten und nicht irgendwie voreingenommen sind. Und ich möchte das auch gar nicht, weil sonst hat man immer so ein bisschen das Gefühl, der sagt das jetzt nur, weil er irgendwie, ja, jemandem verpflichtet ist oder von jemandem Geld erhält. Deswegen mache ich das Ganze für mich allein. Ja, also, ich habe mir das ein oder andere Video von Ihnen angesehen. Sie sind schon ziemlich kritisch, was so Marken und sowas betrifft. Einen guten Geschäftssinn haben Sie nicht. Wie wollen Sie denn so einen Sponsor aufreißen? Na ja, das mag vielleicht stimmen, aber so richtig habe ich eigentlich gar kein Interesse daran, irgendwie so ein Riesen-Business draus zu machen. Ich möchte damit jetzt nicht unbedingt Millionär werden. Ich möchte in erster Linie was für die Leute tun und möchte den Leuten irgendwie was Sinnvolles hinterlassen, damit sie dann einfach sicherer unterwegs sind in den Bergen oder einfach informierter sind. Also, ich habe da jetzt keinen großen Gedanken, dass ich endlich jemanden finden will, der mir viel Geld dafür bezahlt, irgendeine Firma oder so. Sondern, ja, ich möchte dann eben letztlich irgendwie versuchen, den Leuten zu helfen. Und genau darum geht es im Endeffekt für mich. Und das ist auch das einzige Ziel, das ich verfolge. Woher wissen Sie das eigentlich alles, was in Ihren Videos vorkommt? Sind Sie überhaupt ein Bergführer? Nein, also Bergführer bin ich keiner. Das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass ich mich selber auch nicht so sehr im Beruf des Bergführers sehe. Ich bin nicht so der Typ, der quasi einfach immer den einen gleichen Berg hat. Und da bringt er jetzt die Gäste zehnmal die Woche rauf und runter. Und dann macht er das sein ganze Leben lang. Also, dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Ich finde so ganz unterschiedliche Projekte und ganz spannende Ideen immer viel, viel interessanter. Und grundsätzlich habe ich mein ganzes Wissen eigentlich nur dadurch, dass ich sehr, sehr viel Erfahrung in den Bergen gesammelt habe. Unzählige Kurse selber besucht habe. Und da mir einfach die wichtigsten Tipps mit rausgezogen habe. Und dementsprechend eigentlich ich nur eins will, nämlich richtig viel Erfahrung sammeln. Ich experimentiere gerne sehr viel herum. Ich zerlege gerne Dinge. Ich versuche gerne, den Dingen auf den Grund zu gehen. Warum werden sie letztlich so gemacht? Und daraus sammle ich dann eben die ganzen wertvollen Informationen, die ich dann letztlich den Leuten einfach im Internet kostenlos zur Verfügung stellen will. Damit sie eben auch was davon haben, von meiner Neugier und meiner Erfahrung, die ich über die Jahre einfach gesammelt habe. Sie wollen also quasi Historiker werden, oder was? Nein, ich will in erster Linie Bergsteiger sein. Ja, aber wissen Sie, hier im Internet stellt sich nur eine Frage. Wie glauben Sie, wollen Sie das alles finanzieren? Genau, also ich finanziere mich einerseits über so YouTube-Werbung und andererseits finanziere ich mich über so freiwillige Beiträge, über Kanalmitgliedschaft oder auch freiwillige Spenden. Die bauen sich im Prinzip so auf, dass die Leute, die das gut finden, was ich mache, einfach gerne, wenn sie der Meinung sind, dass sie mir mal gerne einen Kaffee spendieren möchten, dass sie das über Paypal oder Patreon machen können. Wenn sie der Meinung sind, dass die Arbeit, die ich mache, es letztlich wert ist. Und darüber finanziere ich mich letztlich. Somit können auch alle Beiträge immer vollkommen kostenlos bleiben. Das heißt, Sie verkaufen gar nichts? Sie verarschen keine Leute? Was ist hier Business? Nein, also ich verkaufe in dem Sinne nicht direkt etwas, weil das kann ich einfach nicht gut. Also ich könnte mich jetzt hier nicht gut herstellen und sagen, das hier ist die neue Jacke und das hier ist die neue Hose von und so. Das kann ich einfach nicht. Ich habe früher in einer Bank gearbeitet und da habe ich ganz, ganz schnell gelernt, dass das einfach nicht das ist, was ich gut kann, Leuten irgendwas zu vermitteln, was sie vielleicht gar nicht haben wollen oder was sie vielleicht gar nicht brauchen. Und ich bin auch kein Mensch, der einen Bedarf kreieren kann. Ich versuche in erster Linie herauszufinden, was die Leute wirklich suchen und ihnen dann zu helfen, anstatt irgendwie zu versuchen, ihnen irgendetwas einzureden. Das kann ich nämlich wirklich nicht. Ja, aber was ist denn dann jetzt Ihr Hintergedanke? Erzählen Sie mal. Ja, mein Hintergedanke ist allgemeinwohl. Also im Prinzip will ich auf nichts anderes hinaus, als dass die Menschen einfach kostenlos etwas zur Verfügung gestellt bekommen, womit sie etwas anfangen können und mehr will ich gar nicht. Ich möchte eigentlich nur den Leuten helfen. Und ich weiß, dass Bergsport einfach eine wahnsinnig verwirrende Geschichte ist und ich habe viele Leute in den Einstieg in den Bergsport begleitet und genau das ist es, was mir immer wieder aufgefallen ist. Es sind einfach viele Fragen offen und es gibt viele Leute, die sich lange darüber ärgern, dass sie Fehlkäufe gemacht haben und auch ich habe mich immer wieder geärgert. Und der Hintergedanke ist im Prinzip nichts anderes, als ich möchte, dass die Leute nicht diese Fehler machen, die ich gemacht habe und dass sie vielleicht die ganzen negativen Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, einfach nicht machen müssen, sondern mit weniger negativen Erfahrungen und mehr positiven Erfahrungen in den Bergen unterwegs sind. Und wer das gut findet, der kann mich einfach freiwillig unterstützen, muss es aber nicht und kann trotzdem kostenlos die Dinge genießen, die ich eben fabriziere. Also ziemlich schlau hört sich das nicht an in meinen Ohren. Wie stellen Sie sich das alles vor? Also ich habe letztes Jahr zum Beispiel ein erstes Buch rausgebracht, das hier heißt Ende im Gelände. Das ist unter meinem Klarnamen veröffentlicht worden. Da beschäftige ich mich viel mit dem Thema Alpinismus und viel mit der Geschichte des Alpinismus und wie sich der moderne Alpinismus so entwickelt hat und was das vielleicht so das ein oder andere Problem sein könnte. Es ist durchaus sehr kritisch zu... Ja, das Buch Ende im Gelände, das habe ich gelesen. Sie sind ja ganz schön hart drauf gegenüber Seilbahnen, Bergführerverband und so weiter. Sie machen sich gerne unbeliebt, oder? Damit ist man im Internet immer richtig. Nein, also ich mache mich nicht gerne überall unbeliebt. Ich ecke definitiv überall an, aber eigentlich ist es nur... Ja, ich habe auch gehört, viele Leute haben Mienen wegen dir im Alpenverein Video schon ziemlich verbal aufs Maul gegeben. Ja, also Sie machen mir etwas Angst. Lassen Sie mich vielleicht mal kurz ausreden. Also im Prinzip ist es so, ich versuche in Zukunft vor allen Dingen viel Erklärungen zur Verfügung zu stellen. Viele Leute sagen mir, sie kommen sehr gut zurecht mit den Erklärungen, die ich präsentiere und mit diesen kurzen, knappen Inhalten, aus denen man sehr viele Informationen rausziehen kann. Und deswegen erscheint im Juni das neue Buch zum Thema Einstieg in den Bergsport. Dort, da kommen dann eben alle Einsteiger auf ihre Kosten und können in einem gesammelten Buch das ganze Wissen, das ich habe, sozusagen nochmal aufnehmen für den kompletten Einsteigerbereich. Da wird dann nichts vermischt mit Profis oder Fortgeschrittenen, sondern das ist wirklich nur, um in den Bergsport einzusteigen und sich da gut zurechtzufinden. Und was soll dann passieren mit diesem Buch? Naja, im Endeffekt soll es ein dreiteiliger Band werden. Ein für Einsteiger, einmal für Fortgeschrittener und dann einmal auch noch eine Art... Ja, es ist wie ein Ratgeber, aber es ist irgendwo eigentlich auch ein Sachbuch für Athleten, also für Bergathleten. Und in den drei Dingen soll sich dann jeder irgendwo wiederfinden können, um etwas daraus zu lernen. Achso, und wieso glauben Sie, dass Sie davon Ahnung haben? Sie sind doch nicht mal Bergführer. Ja, naja, also ich verstehe den Gedanken, es ist aber meiner Meinung nach so, es gibt sehr, sehr viele Bergsteiger, die unglaublich gut sind und erfahren sind und sehr viel Ahnung von dem Thema haben, aber keine Bergführer sind. Und dafür gibt es auf der anderen Seite Bergführer, die, naja, besser Steuerberater geworden werden, weil sie einfach nicht die Kompetenzen in dem Ausmaß drauf haben, wie sie es eigentlich sollten. Und insofern sind das eben zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, Bergführer und jemand, der sehr gut in den Bergsport einleiten kann, das sind zwei Paar Schuhe und das muss nicht immer unbedingt beides gleichzeitig zutreffen. Und ich versuche eben eher der zu sein, der den Leuten helfen kann und sie sozusagen an der Hand nehmen kann und trotzdem dafür sorgen kann, dass sie selbstständig in den Bergen und sicher unterwegs sind. Und trotzdem bin ich kein Bergführer, weil das eben nicht so ganz dem entspricht, was ich gerne machen würde. Naja, also ich bleibe skeptisch. Was machen sie denn eigentlich sonst so, wenn sie gerade nicht in den Bergen herumhampeln? Ja, also so neben Alpen Academy und neben dem Bergsport, ja, da beschäftige ich mich eigentlich sehr viel mit, naja, unterschiedlichem. Ich schaue gern Filme, schaue gern Serien, bin natürlich auch immer wieder klettern, was ja eigentlich irgendwie mehr oder weniger zum Bergsport dazugehört. Ich spiele gerne mal die ein oder andere Runde am PC oder vor der Konsole und lese auch gerne viel Sachbücher und beschäftige mich auch gerne mal mit Medizin, also in einer fast schon leihenhaften Form mit Notfallmedizinbüchern und so Geschichten, weil das einfach ein Interessensgebiet von mir ist. Und natürlich auch viel mit den Klimawissenschaften und so weiter. Also sie hören sich ziemlich hobbylos an. Naja, also hobbylos würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist einfach so, dass der Bergsport sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch die Alpen Academy, was sehr viel mehr Sesselkleberei ist, als man vielleicht glaubt, das braucht einfach alles sehr viel Zeit und da ist relativ wenig Platz. Aber im Endeffekt ist es für mich in Ordnung, weil es ist irgendwo auch meine Leidenschaft. Und insofern passt das für mich schon irgendwo auch ganz gut zusammen. Und was sagen Sie jetzt eigentlich dazu? Darf ich jetzt beruflich weiterhin online im Bergsport tätig sein oder muss ich wieder zurück zur Beauty-Sparte? Naja, Pickel und Pickel ist nicht immer das Gleiche. Bleiben Sie mal lieber bei denen am Gletscher. Kennen Sie sich wenigstens aus. Und ja, ich glaub, das ist auch besser. Und was wollen Sie eigentlich in Zukunft sonst noch so machen? Außer Ihren YouTube-Kanal? Naja, ursprünglich wollte ich letztes Jahr als Vortragender durch Österreich Touren und Vorträge halten, indem ich die Leute mit in die Berge nehme und ihnen so ein bisschen die coolen und vielleicht auch spannenden Geschichten aus dem Bergland hier in den Alpen erzähle, weil viele Leute vielleicht sich gar nicht so gut vorstellen können, wie die einsamen Gipfel hier in den Alpen aussehen, die keiner kennt, die vielleicht keinen Namen haben, die vielleicht einfach auch das Gefühl vermitteln, dass man tatsächlich irgendwo allein auf der Welt sein könnte. Und ja, das war dann leider aufgrund von Corona logischerweise nicht so einfach, beziehungsweise nicht möglich. Aber mein Ziel ist und bleibt es definitiv, weiterhin Vorträge zu halten, sobald es geht und damit viele Leute davon zu begeistern, was ich mache und vielleicht auch wieder in Richtung des ursprünglichen Alpinismus zu bringen und weg von den Forststraßen und Seilbahnen und Aufzügen und so weiter. Ja, recht krisensicher wirkt die Idee aber nicht, ne? Ja, das ist allerdings richtig, aber ganz ehrlich, das ist ein Risiko, das möchte ich auch 2021 noch mal eingehen und ich glaube, das könnte jetzt noch mal wirklich eine großartige Chance werden, dass Leute vielleicht auch mal mitbekommen, wie die Bergwelt hier in Tierholz so aussieht, vielleicht sich den ein oder anderen Tipp daraus mitnehmen können und ich vielleicht so ein bisschen den Horizont mit spannenden Geschichten erweitern kann. Naja, da wünsche ich mal viel Erfolg. Dankeschön. Wenn euch dieses kleine humoristische Video gefallen hat, nicht zu ernst nehmen, also ich bin weder auf der einen Seite der Mafia-Boss noch auf der anderen Seite der etwas schüchterne Mensch beim Vorstellungsgespräch, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft auch beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig was über mich erfahren. Habt vielleicht auch schon den Kanal abonniert. Wenn ihr dieses Video lustig fandet, dann teilt es gerne mit jedem, den ihr kennt, der auch gerne in den Bergen unterwegs ist und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.